Pünktlich zur WM startet auch in Hünenfeld wieder das Training von über 90 Jungs und Mädchen durch die Audi Schanzer Fußballschule des FC Ingolstadt. Bereits zum dritten Mal findet das Fußballcamp statt, bei dem die Kinder an insgesamt 68 Stationen in allen Bereichen trainiert werden, sei es Koordination, Spielintelligenz, Passspiel, Dribbling oder der Torabschluss. Eine Woche lang wird von Vormittag bis Nachmittag mit großer Ausdauer gespielt, gebolzt und trainiert.